Love Island. Beichten. Elssandra hatte was mit Gerda Lewis bei Love Island kommt so einiges ans Licht. Seit wenigen Tagen flimmert nun schon die neue Staffel der beliebten Kuppelshow über die Bildschirme. Scheinbar kommen sich die Kandidaten allmählich auch immer näher, und das nicht bloß körperlich. In der heutigen Challenge mussten die Eiländer nämlich ziemlich pikante Details über sich preisgeben. Das sind die verruchten Geheimnisse der diesjährigen, Love Island, Teilnehmer. In der heutigen Challenge mussten die Kandidaten die heißen Geheimnisse ihrer Kuppels erraten. So stand beispielsweise bei Leon zur Auswahl, ob er sich in der Öffentlichkeit gerne in den Schritt fassen lässt oder aber, dass er seine Großeltern einst beim Sex erwischt hatte. Ich hoffe, dass es das zweite ist, lockte Laura ihre Antwort ein, doch dabei lag sie falsch. Doch auch Elssandra machte ein pikantes Geständnis. Wahr ist, ich habe mit Gerda Lewis, 30, rumgeknutscht. Hinter ihrem Kuss habe jedoch keine romantische Absicht gesteckt, sondern er sei Teil einer Boy-Abwehr-Technik gewesen. Dennoch sei es ganz schön heiß hergegangen, wie die Beauty berichtete. Es war nicht nur ein Knutscher, sondern so richtig. Es war nicht nur ein Knutscher, aber es war nicht nur ein Knutscher, sondern so richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020